Hallo ihr Lieben, willkommen zurück auf meinem Kanal. Die liebe Judith, Grüße an dich gehen raus, die immer alle meine Videos schaut und die mittlerweile schon wie eine Freundin für mich geworden ist, hat mich auf ein Video aufmerksam gemacht und gesagt, dass das bestimmt auch was für mich wäre. Und sie hatte recht, ich möchte heute den Eyeshadow Palette Tag mit euch machen. Angelika, ihre Videos verlinke ich euch natürlich in der Infobox, hat dazu schon zwei Palettenvideos sozusagen gemacht und ich habe mir aus beiden Videos so die Fragen rausgesucht, die mich am meisten interessiert haben oder die ich halt am spannendsten fand und ja, zu denen möchte ich euch heute dann jeweils immer eine Palette zeigen. Es gibt so verschiedene Kategorien und wie zum Beispiel größte, kleinste, teuerste, günstigste und dazu zeige ich euch halt dann jeweils eine meiner Lidschattenpaletten. Ja, ich hoffe, das Video gefällt euch und ich würde sagen, wir starten mal. Ich werde euch natürlich unten in der Infobox auch die Kategorien aufschreiben und die jeweilige Palette natürlich dazu. Und als erstes geht es um meine All-Time-Favorite-Palette. Das ist, falls ihr mich schon länger verfolgt, wisst ihr genau, welche Palette ich euch jetzt zeigen werde, die Tartlet in Blumenpalette. Das ist meine All-Time-Favorite-Lidschattenpalette. Ja, sie sieht von innen so aus, ist auch schon wirklich gut gebraucht, weil die in jedem Urlaub mit mir mitgeht. Ich hatte ja gesagt, ich werde mich auf eine Palette beschränken, weshalb ihr hier eben die Tartlet-Palette seht und nicht auch gleichzeitig noch die BH Cosmetics London Palette. Die liebe ich nämlich auch über alles. Aber ich musste mich für eine entscheiden und das ist eben diese hier geworden. Sehr, sehr gut benutzt. Ist halt einfach das perfekte Farbschema für mich. Die Töne sind nicht zu kühl, nicht zu warm. Wirklich so richtig schön neutral. Ich liebe den Geruch. Ich musste jetzt gerade dran schnuppern. Sorry. Ich liebe den Geruch. Ich habe meinen Go-To-Look, was man auch wirklich sieht, wenn man sich die Shadows genauer anguckt. Also den hier benutze ich zum Setten, dann gehe ich in den, den und dann in den dunklen Ton. Und mein Lieblingsschimmer ist der hier oben, weil er einfach so ein richtig schönes Taub ist. Ja, das ist meine All-Time-Favorite-Palette. Ich muss auch ehrlich sagen, sollte ich die mal irgendwann leer machen oder sie ist nicht mehr gut, kann ja bei Puderprodukten nun mal auch passieren, würde ich mir die immer, immer wieder nachkaufen, weil, ja, die einfach tief an meinem Herzen liegt. Das ist einfach das perfekte Produkt für mich, muss ich ehrlich sagen. Die nächste Kategorie ist Not a Favorite, but can't get rid of. Also übersetzt ist nicht mein Favorit, aber ich kann sie dann doch irgendwie nicht gehen lassen. Und da geht es um dieses Chanel Quad Le Ombre City Lights, heißt das Farbschema. Ich habe es, glaube ich, erst, wo ist denn der Aufmacher hier, einmal benutzt. Ich hätte mir das selber auch nicht gekauft. Aber mein Mann hat mir das geschenkt, weil er weiß, was ich für eine große Make-Up-Liebe habe. Und sind wir mal ehrlich, diese Chanel-Dinger sind auch sau teuer. Ich finde es auch wunderschön von der Verpackung. Die Farben sind auch süß. Aber es ist jetzt keine Palette, mit der ich einen Look schminken könnte. Trotzdem kann ich sie einfach nicht gehen lassen, weil mein Mann sich so viel Mühe gegeben hat, diese Palette auszuwählen. Er hat Geld da rein investiert. Er wusste, dass ich Make-Up liebe. Und ja, es steckt einfach auch so viel Mühe dahinter, dass er sich dieses Ding hier ausgesucht hat. Und dann auch noch von Chanel und so viel Geld investiert hat. Deshalb ist es nicht mein Favorite, aber ich könnte es auch einfach nicht gehen lassen, weil es mich halt auch an meinen Mann erinnert. Deshalb, ja, dieses Quad. Meine liebste Colab-Palette ist die Hela-Palette von Odenseye mit Angelica Nyquist. Ich weiß, dass sie noch nicht so lange in meiner Sammlung ist. Ich muss aber sagen, in der Zeit, in der ich sie habe, habe ich sie schon wirklich sehr, sehr lieb gewonnen. Und davor war es die Club Nebula-Palette mit Angelica und Kaleidos. Aber die Hela-Palette hat das so ein bisschen abgelöst, weil das halt einfach wirklich mein perfektes Farbschimmer ist. Ihr habt so ein bisschen kühleres Braun, was aber auch so ins Grün mit reingeht. Ihr habt Grüntöne, ihr habt Pinktöne, ihr habt hier zwei unglaublich interessante Shades. Das ist halt einfach wirklich meine Palette, muss ich ehrlich sagen. Ich finde das Packaging wunderschön. Ich mag Odenseye unglaublich gern. Ich mag Angelica unglaublich gern. Weshalb das für mich jetzt meine Fave Colour Palette im Moment ist. Als nächste Kategorie habe ich Didn't Expect to Love. Also eine Palette, von der ich nicht gedacht hätte, dass ich sie lieben werde. Und zwar habe ich mir da die Paris Palette oder Paris Palette von BH Cosmetics ausgesucht. Der Grund, warum ich nicht dachte, dass ich sie lieben werde, ist, dass sie doch sehr blaustichig auch ist. Und blau ist nicht ganz so meins. Blau steht mir einfach nicht so gut. Aber ich liebe diese Palette. Ich kann euch auch genau sagen, warum. Die Blautöne sind einfach so schön und haben so einen leichten lila Stich noch, dass es mir doch steht. Ich finde das Farbschema unglaublich schön. Wenn ich sie angucke, dann möchte ich sie unbedingt auch schon wieder benutzen. Ihr habt hier unten so ein paar schöne Rosy Tones. Dann habt ihr, wie gesagt, lila Töne hier drinnen. Ihr habt aber auch zwei Blautöne, die sich aber wunderschön wirklich mit den lila Tönen verbinden. Ihr habt wie so ein dunkles Grün. Ihr habt ein weiß, ihr habt ein grau. Also es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Palette. Ich hätte nicht gedacht, dass ich sie lieben werde, aber ich liebe sie. Die unglaublich tolle Qualität, muss ich ehrlich sagen. BH Cosmetics halt. Also da macht der Marke eben keiner was vor, sind wir ehrlich. Die Lidschattenpaletten sind bombig. Und ja, ich hätte nicht gedacht, dass ich sie lieben könnte. Ich finde sie aber super und ich würde sie auch nicht mehr in meiner Sammlung missen wollen. Als nächste Kategorie kommen wir zu meiner neuesten Lidschattenpalette. Und das ist die. Die kam heute erst bei mir an. Stand heute, wenn ich das hier drehe, habe ich noch kein Video dazu gemacht. Weil mir einfach noch der Blush-Stick fehlt, den ich unbedingt testen möchte. Dann werde ich das Video für euch filmen. Das ist von Essence die Everlasting Bloom Lidschattenpalette. Die sieht so von innen aus. Wirklich unglaublich. Frühling-mäßig, Sommer-mäßig. Macht einem schon ein gutes Gefühl und lässt auf besseres Wetter hoffen, muss ich ehrlich sagen. Das gepresste Glitzer, da bin ich ja kein Fan von. Aber ich kann drüber hinwegsehen. Ich finde auch die Verpackung schön. Ihr habt hier vorne wie so einen Stoff drauf, wo das wirklich drauf genäht ist. Also wunderwunderschön. Ist die neueste Palette und ich freue mich schon drauf, sie zu testen. Die älteste Palette. Too Faced Sweet Peach. Auch hier muss ich einen Sniff nehmen. Ich liebe diesen Geruch, wirklich. Das war meine erste, ich glaube mit der Modern Renaissance. Aber die werde ich euch nachher noch bei einem anderen zeigen. Deshalb habe ich die genommen. Ja, die allererste wahrscheinlich, die ich hatte, an die kann ich mich nicht mehr erinnern. Das waren meistens so Mono-Lidschatten, die ich benutzt habe. Aber das ist so die erste Lidschattenpalette, an die ich mich wirklich richtig erinnern kann. Und mit der auch meine Make-up-Liebe sehr doll angefangen hat, um es mal so zu sagen. Ja, ich liebe die. Unglaublich schönes Farbschema, muss ich ehrlich sagen. Ihr habt schöne Brauntöne, ihr habt Peachtöne drinnen. Ich liebe die einfach immer noch. Ich könnte die auch niemals aus meiner Sammlung loswerden. Wenn sie nicht mehr gut ist, würde ich mir auch diese wieder nachkaufen, weil ich die einfach unglaublich toll finde. Und auch das Packaging wunderschön ist. Und ja, ist halt mein erstes Baby, um es mal so zu sagen. Als nächste Kategorien kommen die teuerste und die günstigste Lidschattenpalette. Als teuerste habe ich die Pat McGrath genommen, die glaube ich 130 Euro gekostet hat. Ungefähr auch wie die Natascha Denona Paletten. Aber das ist eben die, die mich am teuersten gekommen ist, weil ich sie damals in London gekauft habe. Und wer schon mal in England war, weiß, dass das Pfund echt sauteuer ist. Und deshalb war die für mich am teuersten. Die Pat McGrath. Das ist die normale Mothership, also die erste, die ich mir damals ausgesucht habe, weil sie einfach vom Farbschema ein kühlerstichiges Ding ist. Pat McGrath ist sehr bekannt für so die Topper Shades. Das seht ihr auch, dass der so ein bisschen shiftet. Ja, das ist auf jeden Fall meine teuerste Lidschattenpalette, an der auch mein Herz hängt. Ich habe die Umverpackung, weil ich die einfach wunderschön finde. Ja, die teuerste, die günstigsten Lidschattenpaletten. Da habe ich jetzt einfach mal die zwei herausgekramt. Das sind die Elf Bite Size Paletten. Ich weiß, dass sie in Amerika noch günstiger sind, als sie bei uns sind, aber das sind so die günstigsten. Ich habe einmal die Truffles und dann habe ich noch die Mint To Be. Ich habe jetzt einfach mal beide mitgenommen, weil die ja gleich kosten. Genau, das sind meine günstigsten Lidschattenpaletten. Als nächstes geht es um die Everyday Palette und die Most Colorful Palette. Als Everyday Palette habe ich mir jetzt einfach mal meine Urban Decay Naked Palette herausgesucht. Die würde eigentlich auch gut noch in eine andere Kategorie passen, und zwar in die, mit der Palette verbinde ich am meisten Memories, was ich mit der eben auch mitmache, weil die an meinem Hochzeitstag benutzt wurde. Aber ich habe mir die jetzt eben für die Everyday Palette herausgesucht, weil meine Tarte in Bloom habe ich euch aber schon bei Most Favorite herausgesucht. Das ist auch meine Everyday Palette und als nächstes eben die Naked. Auch wunderschön, auch ein kühleres Farbschema. Ich weiß, dass es die nicht mehr gibt. Ich hatte mir die noch kurz bevor sie ausgelistet wurde, gekauft. Die wurde an meinem Hochzeitstag benutzt und dann habe ich sie mir gekauft. Und ich glaube, ein halbes Jahr später, so wurde sie ausgelistet. Und ich war so froh, dass ich sie noch habe, weil ich einfach auch unglaublich viel mit ihr verbinde. Ja, ich werde jetzt aber nichts zu den Memories sagen, weil da habe ich mir eine andere herausgesucht. Aber auch die könnte ich niemals weggeben. Wenn sie nicht mehr gut ist, würde ich sie trotzdem aufheben, weil einfach so viel dran hängt. Und ja, es ist eine wunderschöne Palette für den Alltag. Ihr habt mehr so Satin Shimmer Shades hier drin, als ihr Matte Töne drin habt. Matte sind tatsächlich nur der, der und der. Also ihr habt nur drei Matte und der Rest sind so entweder Schimmer oder Satin Shades. Trotzdem ist das so eine Everyday Palette. Da brauche ich mir nicht viel Gedanken machen. Ich nehme eben den und den und setze dann einen Schimmer drauf und fertig. Und das mag ich halt bei so Everyday Paletten sehr, sehr gerne. Ich habe auch nicht immer Bock, so einen Aufwand zu machen, wie das Make-up, was ich heute trage. Manchmal fühle ich das auch nicht und ich will einfach nur ganz wenig Farbe auf dem Auge haben. Einfach, um es doch ein bisschen rauszuheben, aber nicht so doll. Und da eignet sich natürlich die Palette sehr, sehr gut dafür. Ja, als Most Colorful, auch da hätte ich euch extrem viele zeigen können, weil ich sehr, sehr viele Paletten habe, die von den Farben her so all over the place sind und alles abdecken. Ich habe mich jetzt aber für die Michaela Glamlite Palette entschieden, weil die eben auch sehr, sehr colorful ist. Ich hätte euch auch von Glamlite die Ice Cream Palette zeigen können. Ich hätte euch von Beauty Bay diese Regenbogenfarben Palette zeigen können. Von Colourpop die Fade Into You. Also ich habe wirklich sehr, sehr viele so colorful Paletten. Ich habe mich jetzt aber für die Michaela Palette entschieden, weil ich einfach das Farbschema hier auch unglaublich schön finde. Ihr habt eine neutrale Reihe und dann habt ihr grün, blau, lila, pink, orange. Also ihr habt wirklich alles hier mit drinnen. Die Qualität war wirklich spitzenklasse. Ihr bekommt die Palette mittlerweile auch bei Busy Shop. Ich kann sie euch wirklich ans Herz legen. Das ist eine ganz, ganz tolle Pigmentierung, was Matt und was Schimmer angeht. Also beides wirklich toll. Ihr kriegt unglaublich schöne Looks hier raus. Ihr kriegt wirklich was Neutrales. Ihr könnt aber auch im lila Spektrum. Ihr könnt in die grünen, mint, hellblau. Also ich glaube, ihr merkt, wie begeistert ich bin. Das ist wirklich eine ganz, ganz tolle, colorful Palette, die nicht nur vom Farbschema her überzeugt, sondern auch vom Packaging. Ich liebe ja solche Spielereien. Ja, also wirklich auch ganz toll. Gut, machen wir weiter mit der nächsten Kategorie sozusagen. Und zwar geht es da um die Smallest und die Biggest Eyeshadow Palette. Meine kleinste habe ich mir jetzt die von Colourpop genommen. An sich wären es wahrscheinlich auch die Bite Size Paletten von 11, die ich euch vorher bei der billigsten schon gezeigt habe. Aber die kommt, wenn man es jetzt so nimmt, auch dran an das kleinste. Das ist jetzt einfach die Secret Life of Scorpio. Ich habe mehrere von diesen Quads von Colourpop. Ja, unglaublich tolles Farbschema. Auch die Quads mag ich sehr gerne, weil ich finde, dass es eine tolle Qualität ist. Die sind auch super zum Verreisen, weil sie einfach so schön klein sind. Mir gefällt das Packaging sehr gut, dadurch, dass es eben so durchsichtig ist. Man sieht auch gleich, was man hat. Ja, das ist meine kleinste Lidschatten Palette. So, die größte, hoffe ich, kriege ich ins Bild. Ja, sie ist riesig. Das ist meine größte. Das ist von Morphe die 39S Such a Gem Palette. So. So sieht sie aus. Riesiges Ding, genau mein Farbschema. To be honest, ich habe sie noch nie benutzt. Shame on me. Ich bin einfach noch nicht dazugekommen. Mal schauen, dass ich sie mir mal hinlege für ein Get Ready With Me oder ich gebe sie euch mal zum Auswählen vielleicht für ein Shop My Stash. Irgendwie werde ich auf jeden Fall in nächster Zeit mal dazukommen, sie zu benutzen. Ich muss hier voll zur Seite, damit man sie auch sieht. Ja, riesen Ding auf jeden Fall. Stört mich auch ein bisschen, weil ich von so großen Paletten immer abgeneigt bin, sie zu benutzen, weil mir das einfach zu viel ist, muss ich ehrlich sagen. Ich freue mich trotzdem schon drauf, weil es einfach ein schönes Farbschema ist. Ich greife aber einfach eher zu kleineren Paletten, weil es halt einfacher ist. Trotzdem wunderschön. Ich freue mich schon drauf. Aber auch zum Storagen, zum, wie sagt man das? Da, wo sie halt lebt, in meiner Aufbewahrung, zum Aufbewahren. Genau, jetzt habe ich es. So ist das, wenn man zu viele amerikanische YouTuber schaut. Es ist schwer, sie auch aufzubewahren, weil sie einfach so riesig ist. Naja, okay. Wie gesagt, ich kaufe auch nicht mehr so große Paletten. Nicht mehr so gerne zumindest, weil es mich echt ankackt, die unterzubringen. Aber es ist halt wirklich eine schöne Palette und ich freue mich schon. Und als letzte Kategorie hatte ich mir Palette with the best memory. Also Palette oder die Lidschattenpalette, mit der ich die besten Erinnerungen verbinde. Und wie ich vorher schon gesagt habe, könnte da auch die K-Naked Palette reinzählen. Es zählt aber auch die ABH Modern Renaissance Palette. War mit auch an meine erste Palette so, neben der Sweet Peach Palette. Ich verbinde hier mit meinem ersten Aufenthalt in Amerika. Ich war schon immer so ein bisschen Amerika-verrückt, muss ich ehrlich sagen. Keine Ahnung warum, aber mich reizt Amerika einfach extrem. Also die USA eben, weil ich finde, dass es da so viel Unterschiedliches zu sehen gibt. Das ist halt das Land der Freiheit. So verbinde ich es zumindest. Es gibt so viel Unterschiedliches. Die Make-up-Industrie ist dort drüben viel weiter. Ich liebe amerikanische Süßigkeiten. Ich finde die Leute so unglaublich interessant. Ja, ich liebe Amerika einfach, um es jetzt mal kurz zu fassen. Und die habe ich mir bei meiner ersten Amerika-Reise eben gekauft. Mein Mann hatte mir geschenkt, drei Tage in New York. Ja, New York auch bombastisch. Muss ich auch unbedingt nochmal hin. Und da habe ich mir die im Sephora gekauft. Kurz zuvor kam sie raus und ich wurde auch von meiner Schwester beauftragt, ihr die unbedingt mitzubringen, weil wir die beide halt haben wollten. In Deutschland gab es ABH so noch nicht. Und ja, deshalb habe ich mir die dort gekauft. Ich verbinde damit, wie gesagt, mein erstes Mal in Amerika, mein Urlaub in New York, dass mein Mann sich so viel Mühe gegeben hat, mir diesen Traum auch zu erfüllen. Das verbinde ich damit. Und ja, ich verbinde einfach wunderschöne Tage damit. Ja, deshalb hängt da wirklich mein Herz dran. Ich weiß nicht, ob sie noch gut ist. Ich habe sie jetzt schon länger nicht mehr benutzt. Muss ich unbedingt mal wieder machen. Wenn sie nicht mehr gut sein sollte, würde ich dieses Exemplar trotzdem aufheben und würde mir eine neue nachkaufen. Einfach, weil ich das Farbschema auch unglaublich schön finde. Und die wird für immer bleiben, weil ich damit einfach sehr viele Erinnerungen verbinde. Lasst mich doch gerne mal eure Paletten zu den jeweiligen Kategorien in den Kommentaren wissen. Ich lese sowas immer sehr, sehr gerne durch. Und ja, lasst mich auch gerne wissen, wie euch dieses Video gefallen hat. Vielleicht habt ihr noch ein paar andere Kategorien für mich. Dann mache ich gerne nochmal so ein Paletten-Video. Ansonsten hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Lasst mir alle gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert mich, falls ihr das noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Tschüss!